Hallo zusammen zu einem neuen Video. Heute geht es um AMD Ryzen, bzw. die Prozessor-Generation Zen mit dem Codenamen Ryzen. AMD Ryzen, wer es noch nicht gehört hat, werden die neuen Prozessoren, die jetzt Anfang des Jahres released werden sollen. Es ist aktuell AMDs große Hoffnung. Laut aktuellen Benchmarks von AMD schaffen sie uns die Top-Prozessoren von Ryzen bis hin zu einem Intel Core i7-6900K. Was schon eine ganz schöne Leistung wäre, weil dieser Prozessor kostet allein 1.000€. So, schauen wir uns mal kurz was an. Und zwar wird es insgesamt 5 Chipsätze geben. Den A300, den X300, den A320, den B350 und den X370. Im Grunde der einzig sinnvolle Chipsatz meiner Meinung nach ist der X370. Das heißt wir haben natives USB 301 Generation 2, das heißt USB 3.1 mit bis zu 10 Gigabits die Sekunde. Ganz normal SATA, wir haben ganz normal PC-Express, können übertakten und haben Crossfire bzw. SLE, das heißt zwei Grafikkarten im Verbund. Jedoch hier standardmäßig nur mit 2x8 PC-Express-Lanes, in dem Fall Generation 3. Im Mainstream-Bereich haben wir im Grunde den 350er bzw. den 320er, beide natives USB 3.1 Generation 2, beide SATA, beide PC-Express. Hier dann gleich schon mal der Unterschied, der 350er kann übertakten, der 320er nicht. Alternativ gibt es noch die kleinsten Sockel, äh nicht Sockel Chipsätze, den X300 bzw. A300. Kein USB 3.1, SATA, PC-Express haben wir drin. Beim A300 gar nichts mehr ansonsten, beim X300 noch übertakten. Von dem her für meine Seite aus X370 macht als einzigste SIM. Schauen wir gerade einmal weiter, nämlich zur Lane-Verteilung bzw. insgesamt zur aktuellen Verteilung. Wir haben mit Ryzen jetzt auch eine neue Prozessor-Generation, insofern Ryzen und 7. Generation APUs, die ebenfalls auf Ryzen basieren. Das heißt in dem Fall 4 Kerner APUs mit integrierter Grafikeinheit. DDR4 und USB 3.1 Generation 1 ist in diesem Prozessor schon vertreten. Zudem haben wir bei Ryzen bis zu 8 Kerne, 16 Frats und bis zu 4 plus 16 MB internen Cache. Wir haben 16 PC-Express Lanes, Generation 3, 2x SATA plus 1x 2 Lanes für NVMe Drives, also M.2 die neuen SSDs, bis zu 3 GB zum Beispiel von Samsung die 69 Evo. Haben entweder 2x SATA oder 1x 2 Lanes NVMe oder 2x SATA plus 2x PC-Express Lanes oder 1x 4 Lanes NVMe. Ebenfalls DDR4 mit 2 Kanälen, also Dual Channel und USB 3.1 Generation 1. Viermal das hier auch wieder. Vom Prozessor aus selber gibt es kein USB 3.1 Generation 2. Wir haben auch die Unterstützung geführt und wir haben in dem Fall auch keine USB 2.0. Die werden in dem Fall, ich kann mal das nächste Schiebe aufmachen, alle vom Chipser aus gefertigt. Das heißt, in dem Fall der X370 schafft 2 USB 3.1 Generation 2, 6 USB 3.1 Generation 1, also USB 3.0 im Grunde und 6 USB 2.0. Zudem haben wir 4 SATA, 2x SATA E, 8 Generation 2 Lanes von PC-Express. Wir haben alle möglichen SATA Rates, Dual PCI-Express Slots und natürlich Übertaktung. Beim Mainstream Sockel, also B350, haben wir 2x USB 3.1 Generation 2, 2x USB 3.1 Generation 1 und 6x USB 2.0. Haben dafür nur 2 SATA Channel, 2x SATA E, 6 Lanes Generation 2 PC-Express und eben wieder den Rest bis auf Dual PCI-E Slots. Gibt es in diesem Fall nicht. Das heißt, der B350 wird meistens auf Micro-ATX-Boards zu finden sein, die keine 2 Dual-PCI-Express Slots haben. Haben in dem Fall noch den 3x 320, das heißt, 1x USB 3.1 Generation 2, 2x USB 3.1 Generation 1 und 2x USB 2.0, äh 6x USB 2.0. 2x SATA, 2x SATA E, nur 4 PCI-Express Lanes Generation 2, die in dem Fall vom Sockel vom Chips, das weitergeleitet werden. Ebenfalls SATA Rates, keine PCI-Express Zusatz Slots im Dual Format und keine Betaktung. Also ihr seht schon, im Grunde, x370 ist der einzige, der Sinn macht, der auch in dem Fall die meisten Optionen bietet. Und, wenn man sich das anguckt, wir haben in dem Fall wirklich mal in AMD Prozessor 8 Kerne, 16 Threads, das heißt, wie bei Intel im Grunde mit Hyper-Threading. Bisher war es so, wir hatten Modulbauweise, das heißt, im Grunde, wir hatten 6 Kerne in Form von 3 Modulen oder 8 Kerne in Form von 4 Modulen. Das heißt, im Grunde, rein technisch hast du 4 Kerne oder 3 Kerne mit Hyper-Threading. Jetzt haben wir im Grunde ein 8 Moduler, das heißt in dem Fall 8 physikalische Kerne und 16 Threads. Das heißt, im Grunde, 8 leistungsfähige Kerne, aber wir können 16 Operationen gleichzeitig verarbeiten. Sollte das wirklich so kommen, wie AMD es aktuell plant, ist die Sache klar. AMD wird aktuell wieder sehr, sehr stark aufsteigen können. Zudem soll ja jetzt in Kürze noch Vega kommen, das heißt, Vega ist die neue Hoffnung in der Grafikkartensparte von AMD. Sollte das alles so passieren, können wir in Kürze mal wieder sehen. AMD, Intel und Nvidia von ihrem Preisdrohnen stürzen und in dem Fall mit AMD mal wieder günstige Gaming-Systeme bauen. Ob das möglich sein wird, werden wir erst vermutlich Februar, März diesen Jahre sehen. Neue Boards wurden jetzt auf der CES 2017 schon vorgestellt, auch mit diesen Chipsätzen, Graf von MSI, ASRock und wie sie alle heißen, haben wir schon Boards gesehen. Mit dem neuen AMD AM4 Sockel DDR4. Das wird schon ganz spannend. Wie sind eure Meinungen zu AMD Ryzen bzw. insgesamt Zen und der aktuellen AMD-Sparte? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao!